Und es geht wartet, weil von Hero Zero, Server Nummer 11, ich habe gerade überlegt, verdammt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, wie kann ich es trotzdem machen, dass ich hier noch ein Video mache, deshalb werde ich ganz schnell reden und das Video dann im Nachhinein auf 150% Geschwindigkeit pegeln, nein nicht auf 150%, sondern ich meine auf 75%, dass es langsamer ist, aber ich habe ja schneller geredet, dadurch kann man in weniger Zeit mehr Zeit als Video erschaffen, nein vollkommener Quatsch, aber gestern war 19 Uhr, ein Schurke angekündigt, ich wollte da ein Video aufnehmen, so schau so 19 Uhr, nö kein Schurke da, klick mich so durch, dann irgendwann 20 Uhr oder keine Ahnung, kurz nach 8 oder kurz vor 8, kommt so eine Nachricht, klingling, klingling, wunderbar, Schurke besiegt, bliblablub und ich so, what, da war doch gar kein Schurke da, ich habe doch was, also, keine Ahnung, auf jeden Fall, hatte ich einen Fehler, war ich woanders eingeloggt, in der App oder so und ich hätte vielleicht den Browser aktualisieren müssen, keine Ahnung, was da los war, auf jeden Fall, habe ich den Schurken nicht gesehen, obwohl ich da war, ja, das war, oder war er da, oder war das ein Fehler, es kam auf jeden Fall ganz kurz so ein Fenster, ich habe geklickt und da war so kling, kling, das Telefon und ich dachte mir, hm, ähm, was geht los da rein, 12 Minuten, werde ich dann direkt mal überspringen, um mir Zeit zu gönnen, so, 12 Minuten erspart, so ist das fein, oh, ich kann mich noch erinnern, früher, da habe ich teilweise, habe ich manche Videos gemacht, so, und habe in einem Video die gesamte Energie einfach übersprungen, wenn ich, sagen wir mal, am Wochenende wusste ich, ja, ich habe jetzt nicht so viel Zeit und dann will ich nicht, äh, 25.348 Mal immer die App öffnen und stürzt ab und dies und das, überspringe ich einfach alles mit Donuts in einem Video, wenn ich dann zu Hause bin, so, und dann habe ich einfach eine komplette Aufnahme gemacht und immer, immer dieser, dieser Sound, wenn man was mit Donuts kauft, kommt ja dieser Sound und habe alles übersprungen, die gesamten 300 Minuten, beziehungsweise teilweise mehr wegen Energietrophäen, das waren noch Zeiten, Hashtag Good Old Times, nein, das war, das war heftig, wie da die Donuts rausgeschmissen worden sind, so, unbedingt nach neuer Ware blättern, denn dann werde ich nach ganz oben klettern, wie geht denn sowas, ich hatte einige Level-Ups und die Wurfwaffe ist nicht mal besser, da muss ich aber beim letzten Mal schon ein sehr gutes Teil eingeheimst haben, muss ich sagen, so, ich schleudere natürlich mal wieder meine, meine Waffe mit Kondi war da nichts dabei, oder? Habe ich nichts gesehen? Nö. Gut, warum habe ich da ein Rufzeichen? Warum schreist du denn so? Warum brüllst du so? Was? Kamen da neue Heldentaten oder habe ich gestern ernsthaft vier abgeschlossen? Ich habe doch, XP habe ich ausgeblendet, Energie habe ich ausgeblendet, zehnmal Elvis-Haare gefettet, 50mal Fan, ist das ein Bug, oder habe ich echt jetzt, genau, den Boost habe ich mir nicht abgeholt, aber habe ich drei Heldentaten dann gemacht, heute? Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Das hatte ich ja noch nie. So, fünf Fähigkeitspunkte, das ist mal sehr fein, 1000 Autogramme, Autogramme bitte. Wie viel wiegt ein Autogramm? Nein, daraus kann man keinen Witz machen, aber wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. Der ist aber auch schlecht, keine Ahnung, also, den kennt schon jeder so rum, meine ich. Neuwurfwaffenwerbekulis, 38 plus, das ist doch genial. So, 124, was war denn das? Ein Gürtel, den hatte ich, hatte ich den schon mal? Ein Gürtel, 124, aber sowas von gegönnt, ka-ching, sehr fein. Na gut, ein Lichtblick am Ende des Tunnels, am Ende des Heldentaten-Tunnels, ich dachte jetzt so in letzter Zeit, da tut sich ja echt gar nichts mehr, was denn da los, warum bekomme ich da nichts mehr? Fertig, so, gibt es noch eine Wochen, nö, 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 alles erledigt, nur noch das Angebot im Shop erneuern und weil heute Freitag ist und morgen Samstag und übermorgen Sonntag geht sich das alles in dieser Woche noch aus. Apropos Woche, ich bin noch in den Top 100 im Wochenturnier, aber gestern, der Schurke wird mich ein bisschen zurückgeworfen haben, da habe ich null mal angegriffen, folglich auch. Wie viel Bonusenergie? Richtig, null, das war die 500-Euro-Frage. Genau. So, dann würde ich sagen, lese ich noch ein bisschen kurz in der Post hinein, 139 Anfragen schon wieder, warum warnten das jetzt zu viel? Ich habe doch gestern erst aufgenommen. Der YouTube schreibt schon wieder, YouTube, jetzt zieh dir mal meine Videos an und dann wirst du sehen, dass du schon ganz oft vorgekommen bist. So, noch kurz diese Mission abwarten, nur die Harten kommen in den Garten. Ach, kommt schon, gebt mir was Feines. Nö, geben sie mir nicht. Ist das die beste? 999 für drei? Schilling weint den Video. Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen oder vielleicht sogar die. Acht Minuten, 4000 ist auch ein guter Schnitt. So, Captain Nick schreibt, na du, ich habe was für dich. Guck rein. Lecker, oder? Das ist, kriegst die aber nicht. Sorry, ich habe die schon. Da habe ich auch wieder einen Witz und zwar gibt es so eine Rechenaufgabe. Ich habe eine Screenshot davon gesehen. Keine Ahnung, irgendein Name. Kevin hat, ich werde das jetzt ummünzen auf Hero Zero, Kevin hat 30 Donuts. Er isst 23 davon. Was hat Kevin? Antwort, Diabetes. Oder Antwort, Karies. Oder Antwort, Kalorien-Schock. Und da hat tatsächlich, keine Ahnung, ob das Fake ist oder nicht, jemand so eine Antwort in der Art hingeschrieben. Kevin hat 30 Donuts. Er isst 23. Was hat der? Karies. Kannst mir sagen, wie man einen neuen Begleiter bekommt? Ab Level 60 bekommst du einen for free und danach bei Banden kämpfen und im Shop blättern. Aber ey, was hast du gegen den Hund? Den hast du erst zwei Level-Ups. Der ist doch genial. Der Kletus schreibt, da ist er wieder. Hey Schilling, hoffentlich machst du den Siegestreffer. Hau rein und viel Glück. Noch. Go, go. Nice. Was für Siegestreffer? Heute war... Sagt nicht, dass heute schon einer da war. Sehe ich die nicht mehr? Muss ich meinen Browser aktualisieren? Hä? Was ist denn, was ist denn los mit dem Schilling? Keine Ahnung, was mit dem Schilling los ist. Der sieht irgendwie die, 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 die Dingenskirchen nicht mehr. Großer Fan von dir. Freundschaft wäre cool. Da bin ich mir sicher. Aber 100 Donuts wären auch cool. Dallawai schreibt, umrüsten. Guten Mooooooon. Six hours later. Was hat das mit dem Umrüsten von deinen Ausrüstungen zu tun? Kämpfst du mit ausgeglicheneren Items und Missionen? Mit mehr Condi? Oder wie kann ich das verstehen? Möchtest du meinen Charakter bewerten? Ja, genau das ist so. Missionen und Sondereinsätze im Endlos-Modus. Also beim dritten Durchlauf im Condi. Und ansonsten Duelle natürlich. Und Liga-Kämpfe und so. Die dann doch immer mit den Items, die am meisten Plus haben. Ich hole mir immer die mit dem meisten Plus. Und dann schaue ich, dass das irgendwie so passt. Schoko Soft-Eis. Aber bitte nicht im Winter. Hey Schilling, bist einer der besten YouTuber. Hier noch ein paar Donuts. Vielen Dank für das Lob. Der echte Zocker. Nicht der echte Donut. Der echte Zocker schreibt, hi, wie findest du meinen Charakter? Wie ich deinen Charakter finde? Also ich gehe hier auf dein Profil, klicke den Button an und dann habe ich deinen Charakter gefunden. So einfach macht man das. Ist gar nicht so kompliziert. Der Justin2 hat eine Frage. Hast du TS3? Wenn ja, welcher Server? Ich habe den Client, aber ich besitze keinen Server. Und genau, falls das deine Frage war. Also es gibt keinen Spieletrend TS3-Server. Aber es gibt momentan was. Das ist gerade so am, das gibt es schon ein bisschen länger, aber gerade am wachsen, am aufstrebenden Ast. Und zwar nennt sich das Discord. Schreibt man folgendermaßen. So, Discord. Das ist so wie TS3 oder Skype. Das soll eben für Gamer im Speziellen eine Konkurrenz zu TS3 und Skype und Raid Call und so weiter sein. Kann man direkt im Browser öffnen. Ich habe es mir mal ein bisschen angesehen. Und sieht echt nicht so schlecht aus. Also da muss niemand irgendeinen Client installieren oder so. Auch keine Server. Da kann jeder einen eigenen Server hosten. Ganz, ganz nett, ganz nett. So, der Swoopy schreibt, yo, Schilling, ich schon wieder. Dach, dach. Wollte dich einmal fragen. Einfach mal fragen, ob ich in die Gilde darf, weil ich denke, dass ich alle Bedingungen erfüllen werde, die in der Beschreibung stehen. Außerdem bin ich auf der Suche nach einer No-Donuts-Gilde. Und hier der Code. Insel. Welcher Code? Was für Geheimwort? Insel? Insel. Vielleicht ist das aus einer Serie und ich raff's gerade nicht oder so. Insel. Der geheime Code. Damit werden sie geholfen. Also, ich bin nur Member und wie gesagt, am Wochenende werde ich vielleicht mal so Team und so aktiv. Also, mich nicht anschreiben wegen Team, bitte. So, dich hatte ich auch schon oft. Mika, Mika Homa, YouTube. Schreibt oder YT einfach. Hi, bin ich jetzt im Fernsehen? Hm, Moment. Ist da rechts oben irgendwie so ein Zeichen für ProSieben? Oder hier RTL? Oder sieht schlecht aus? Sorry, nö, bist nicht im Fernsehen. Tut mir leid. Der KSFreak schreibt SpieleTrend. Du bist der coolste YouTuber, machst super Videos, weiter so. Das aus deinen Worten, also aus deinem Mund. Dankeschön. Der Beste1 schreibt Hi. Hallo Schilling. Hallo auch an der Beste1. Der Nerd, beziehungsweise die Nerd im Video, bitte. Hallo SpieleTrend, wie ich sehe, schlägst du dich als No-Donuts-Spieler? Sehr gut, deshalb belohne ich dich mit Nichts. Das ist nicht so nice. Dein Spaß beseitert. Dein Team bricht zusammen. Warum wechselst du dann nicht das Team? Ich finde, deine Buddies sollten höher sein, um besser zu leveln. Also, ich muss sagen, erstens, bin nicht Bonigeid, bin ja No-Donut auch und so. Und 43 von 50 Ausbau ist jetzt auch nicht so schlecht. Juck dich nicht. Viel Spaß beim Spielen. 1-1-1-1-Rufzeichen 1-11. Dankeschön, dir auch viel Spaß. Das finde ich heftig. Also, es war tatsächlich eine Schurke da. Super, Ari hat es natürlich als Erster gepackt. Möchte in die Top 10. Soll ich dir dann ein Screen schicken? So. Hast du es geschafft? Wenn ja, dann Glückwunsch. Wenn nicht, dann nicht. Warum zur Hölle war der nicht da? Ich war online. Ich war direkt. 19 Uhr habe ich gecheckt. Ich war schon in Aufnahmesetting sozusagen. Dann klicke ich. Klicke alle Zonen durch. Da ist nichts. Hat jemand schon mal diesen Fehler bei mir? Oder war der in der allerletzten Zone, die ich gar nicht kenne noch? Oh, Moment mal. Unomomentonio. Wo habe ich denn das? Wo bist du? Ich weiß, wie die Nachricht heißt, aber irgendwie funktioniert die Suche in letzter Zeit nicht so. Doch. Man muss nur runterscrollen. Schurkenplan. So, das war gestern. Donnerstag, 19 Uhr. Silicon Valley. Nö, den habe ich definitiv nicht gesehen, weil es gibt ja noch eine Zone, die ich noch nicht freigespielt habe. Oder? Doch. Australien am Ende, oder? Ich stehe gerade auf der Leitung. In einer Minute werde ich es herausfinden können. Aber ich glaube auf jeden Fall. Hey, wird mit das das Level-Up bescheren, diese Mission? Jo, wird sie. Sehr fein. Dann mache ich das noch. Und danach. Geilo Hero, du warst erst. Tanki won. Bitte beantworten. Vielleicht sogar im Video. Hey Schilling, ich wollte dich einfach mal fragen, ob du Lust hättest, Tanki online oder dessen Nachfolger, der demnächst in die Beta-Phase geht, anzuspielen oder zu testen. Ich dachte mir schon. Also, ich kenne das Game, Tanki oder Tanki. Ich denke mal, Tanki. Und heißt du so wegen dem Game? Tatsache, wie heißt denn der Nachfolger? Moment, vielleicht schreibst du, das ist ein Superspiel, welches ich vor kurzem entdeckt habe und ich denke, es ist eine Erwähnung als gutes Free-to-Play-Spiel in deinen Videos wert. Allen Zuschauern und dir natürlich noch einen schönen Tag und mach weiter so. Liebe Grüße, Dani. Dankeschön, dir auch einen schönen Tag. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, heißt das nicht Tanki Reloaded oder irgend so ein Tanki, hast du nicht gesehen, soll das dann heißen, der Nachfolger. Den Nachfolger werde ich mir wahrscheinlich irgendwann ansehen, wenn ich dann Zeit habe, aber Tanki online ist schon zu alt, muss ich sagen. Das, das gibt's ja schon Jahre. Also richtig lange und mit Jahre meine ich nicht zwei Jahre, sondern irgendwie so fünf, sechs Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. So, it's your dev schreibt wichtig. Ein Donut, zwei Donuts, drei Donuts und Achtung, bling, bling. Du wirst 244, du erhältst zwei Fähigkeitspunkte, das Sortiment im Shop hat sich vergrößert. Die Lügen, die Lügen, da hat sich gar nichts vergrößert. So, ne Quatsch, also ich weiß schon, was die da meinen. Sehr fein. Gut, dann würde ich sagen, war es für die Folge. Ich bedanke für's Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.